Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 4. Und der König, der Leader und der Priester von Gut und Böse hat ein Flugzeug gekapert mit 300 Los Santos Bangers an Bord. Und wir werden nun diese Los Santos Bangers hinrichten. Ich habe sie alle auf einen Gratisflug eingeladen. Und nun machen wir Suizid. Perfekt! Verreckt Los Santos Bangers! Oh fuck! Daneben, durch einen hinterlistigen Plan, hat euer König nämlich 300 Los Santos Bangers dazu gebracht, in dieses Flugzeug hier einzusteigen. Und nun werdet ihr sehen, was mit euch passiert. Schaut hin und staunt. Wir fahren das Fahrwerk ein, fliegen Richtung Mace Tower. Unser Ziel ist gerade aus. Und wir werden gleich eine riesige Explosion erzeugen. Und der Jubel wird gigantisch ein in den Reihen der Zombie Cowboys. Perfekt! Der König wird nicht sterben. YouTube Gamescom ist unsterblich. Schaut, seht! Ihr Heiden! Ich habe gewonnen! Wir haben 300 Los Santos Bangers getötet. Und ich bin unsterblich. Mir kann keiner was. Und nun töten wir noch hier oben diese unschuldigen, ungläubigen Clan-Mitglieder. Ein paar gezielte Schüsse auf den Atomic Luftschiff-Körper. Und er wird explodieren in einer gewaltigen Explosion. So gewaltig, dass man es gar nicht in Worte ausdrücken kann. Schaut meine Macht an. Meine riesige Waffensammlung. Und mir wurde gesagt von den Ungläubigen, dass meine Waffensammlung klein wäre und nur aus vier Waffen bestehen würde. Kommt zu mir! Das gibt's doch gar nicht, dass ich ihn nicht mal treffe. Warum treffe ich diesen nicht? Wäre auch egal. Burn, motherfucker! Burn! Ihr habt Glück gehabt, dass ich dieses Auto nicht getroffen habe. Was ist heute die Botschaft? Wir haben 300 Los Santos Bengals getötet. Wir meinen es ernst. Immer noch. Und wir haben ein Luftschiff mit ganz vielen Zivilisten getötet. In Grand Theft Auto. Was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr? Als Botschaft. Den noch killen? Okay. Kein Problem. Zombie Cowboys. Perfekt, ihr Schweine. Habt Angst vor uns. Habt Respekt vor uns. Achtet uns. Wir sind mächtig. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen.